Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal XplayerGamer01. Heute kommt mal ein Video, welches ein nicht so schönes Thema beinhaltet. Diejenigen, die bei meinem Stream mit Black Panther YouTube dabei waren, wissen worum es geht. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass eine Aktion stattgefunden hat, welche nicht sein darf. Wovon rede ich? Ich rede davon. Der YouTuber Black Panther YouTube hat wie üblich gestreamt und er wurde in seinem Stream von einem Spieler mit dem Lorenzwerk gegrieft. Black Panther YouTube hat einen Kartenshop auf CTB4. Dieser Shop ist unter SlashpkartenX zu finden. In diesem Kartenshop befand sich eine einmalige Karte, welche für Black Panther YouTube einen sehr, sehr hohen Wert hatte. Mit diesem Grief wurde diese einmalige Karte auch zerstört und einige andere Karten wurden an seine Community verteilt, welche Black Panther YouTube von seiner Community auch glücklicherweise wiederbekommen hat. Das kurz und knapp zu dem Geschehen, was mich persönlich richtig angegangen ist. Danke nochmal an der Stelle für den Pilot, der dieses Video auch möglich gemacht hat, indem er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe Black Panther YouTube auch in meinem Stream gesagt, dass ich alles daran setzen werde, diesen Spieler namens Gonets, dem Team von Griefer Games zu melden und die Community zu warnen. Die Community habe ich bereits gewarnt mit einem simplen Post im Forum, aber leider ist es wirklich nicht leicht, sich mit den Griefer Games in Verbindung zu setzen. Daher benötigen wir, also Black Panther und ich, eure Hilfe. Bitte verbreitet dieses Video an alle, die auf Griefer Games spielen. Dieser Spieler ist nicht nur auf CTB4 bekannt. Ich habe mich mit einigen anderen Leuten unterhalten und diese kannten Gonets auch. Gleicherweise auf CTB1, CTB5, CTB6, 21, 18, 12. Er ist auf ganz Griefer Games durch Scamming und durch Briefing auch bekannt. Zusammen sind wir stark, zusammen können wir was erreichen. Bis zum nächsten Mal, euer XplayerGamer01.